Mit Zwillingen schwanger, Hilary zeigt ihren Babybauch. Hilary Swank, 48, platzt vor Freude. Die Schauspielerin und ihr Partner Philipp Schneider gaben sich 2018 das Ja-Wort. Nun wagt das Ehepaar den nächsten Schritt, sie verkündeten Anfang Oktober, Zwillinge zu erwarten. Die Sprösslinge der P. Es Ich-Liebe-Dich-Darstellerin sollen am 16. April das Licht der Welt erblicken, demnach muss sich die Brünette gerade im fünften Monat befinden. Ihren deutlich sichtbaren Schwangerschaftsbauch präsentierte Hilary nun total stolz im Netz. Auf Instagram teilte die bald zweifache Mama ein Bild von sich vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum. In einem schwarzen engen Einteiler sowie braunen Hausschuhen gab die Million-Dollar-Baby-Darstellerin der Tanne den letzten Feinschliff, in dem sie Kugeln an den Ästen befestigte. Das hautenge Outfit betonte dabei ihren deutlich sichtbaren Babybauch. Alles, was ich zu Weihnachten will, sind Babys, schrieb sie zu ihrem Beitrag dazu und spielte damit in umgedichteter Form auf Maria K. Reis, 53, Weihnachtssong All I Want For Christmas Is You an. Während der Schwangerschaft steht ihr Mann Hilary stets zur Seite. Philipp verhältstellt sie total und ist die ganze Zeit über wirklich süß und hingebungsvoll. Hatte ein Freund des Paares gegenüber US Weekly ausgeplaudert. Die Schauspielerin fühle sich demnach so, als habe sie mit Philipp den Jackpot geknackt.